Musik 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 Fängt dann plötzlich an zu... Ich guck dir gar nicht, ich lad mal das Spiel und guck, wie's aussieht. Sieht gut aus. Sieht mit Munition aus. Außer Raketen haben wir eigentlich relativ gute Munition. Sollen wir den Shotgun machen? Ja, Sels haben wir noch 183. Das ist nicht so viel. Schon mal hier. Ja, das ist noch auf der Erde. Gehen wir erstmal hier unten rum. Aber von den kleinen Spinnen erledigen ist schon nicht schlecht nebenbei. Ich habe gerade niemanden gehört. Das ist Lava, oder? Wow, ich kann hier laufen. Was ist das? Ist das Unverwundbarkeit? Ne, das ist Unsichtbarkeit. Das ist ein Auge. Um die Unverwundbarkeit geht es mir nicht. Aber jetzt haben wir ein bisschen Shotgun-Munition gekriegt. Das ist gut. Wow. Das habe ich gut getroffen. Geh' den her. Okay. Kann die Tür nicht öffnen. Nichts. Hier gibt es Shotgun-Shield. Das ist gut. Das habt ihr hier. Auch die Dudes. Das ist keine Türen, die man öffnen kann. Sag mal. Na gut, dann halt nicht. Oh boy. Oh, ein Dickey. Waren wir das. Wo ist das da noch einer ist, aber nicht, dass man direkt hinter mir steht. Ein Berserker-Dingens. Irgendwas, das man braucht. Secret. Secret. Ich weiß nicht, in Doom 2 die Secrets sind gar nicht so secret. Also, sag mal so. Man sieht die Secrets. Also, die Items und sowas sieht man da eher. Und das Schwere ist, sie zu finden. Also, rauszufinden, wo man hinkommt. What in the fuck? What in the fuck? What in the fuck? Das war nicht richtig gerade. Ohne scheiß. Ohne scheiß. Ich mach mal das noch mal. Ja. Ja. Okay. Let's move it up. Kann das sein müssen? Jetzt suchen wir's nochmal. Aber wir speichern hier vorher. Eigentlich die ich vorhin auch speichern soll. Ich kann nicht einfach blind in Teleporter reinsteigen ohne zu speichern. Okay. 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 Blaue Garte ist immer gut. Okay. In der Sound ist crazy finde ich. Oh, die Tür kann ich jetzt mit der blauen Karte öffnen glaube ich. Irgendwas? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war doch nämlich verarscht. Hey Lion Gaming. Willkommen. Rebekommen. Ach so. Fuck. Oh. Wait. What? Skipp von denen? War das doch nicht gut. Das war nicht gut. was Oh Okay Dann hab ich ihn in den gelben Schlüssel aufgehoben Center, willkommen, dankeschön Wait Kann der Sonneneffekt? Er kam, ich hab ihn nicht gehört, verdammt Warum hab ich ihn nicht gehört? Nun gut, dass er ihn hört, ist alles okay Nee, der Sonneneffekt kam nicht Ah, wobei Ich hab meinen PC auf 10 stehen Mal hab ich einen auf 30, aber das spielt ja so laut Vielleicht Hab ich es einfach nicht gehört, weil es zu leise war Kann sein Hallo? Was auch immer das jetzt gemacht hat Der Knopf Oh Gott, no Oh, Rucksack, das ist gut Weil ich bin schon gerucksackt, glaub ich Ein Schalter, das ist ein Schalter Ich brauch aber den Rucksack, äh, den Telefon hier rauszukommen Okay Hier kommt man jetzt wieder zurück Ja, dieses Secret hier Ja, dieses Secret hier Keine gute Idee Mit, auch mit Berserker hat man Wait a minute Lädt man hier automatisch den letzten Spielstand? Ist ein Service Hat er das letzte Mal auch gemacht? Ich glaub Letzte Mal hat er, glaub ich, das Level neu gestartet Ich könnte jetzt schon da reingehen Ich könnte jetzt schon da reingehen Fuck Auch die fette Shotgun Okay Hier reicht die kleine Shotgun Brauchen wir die große ich habe jetzt wieder raus gar nicht muss runter springen aber auch gut jetzt bin ich hier oben wo bin ich denn hier bin ich bin ich weiß wo ich bin hier kann mich raus genau jetzt hier lange bin ich da kann ich reingehen noch eins von denen ist das ist der oder er genau gut wenn ich hier lang gehe bin ich da weiß ich habe eigentlich fast alles im level geguckt außer der raum hier jeder seh ich schon vier von diesen dummen köpfen okay sechs acht von diesen dummen köpfen okay gut kein problem und wir kommen sie nicht raus irgendwas kann ich was tun und man kann dies sehr gern die die vier obwohl das ist eigentlich schott kann ich bin eigentlich doof eigentlich hätte ich aber meine bullets sind eh egal die ganze Zeit die shotgun nehmen können nachdem ich gemerkt habe dass die nicht raus kommen aus ihren dingern hätte ich eigentlich die shotgun nehmen können da war ich schon das fehlt jetzt noch den schalter oh das ist exit oh wow das das level habe ich vernichtet downtown okay das level habe ich gemeint das ist das stadt level das ist groß das level groß und nervig und ich weiß nicht ob ich da rein treten sollte ich weiß nicht was war was diese unsichtbarkeit soll ich habe keine ahnung man ich weiß nicht was ich glaube ich habe mich aus der entfernung weg gesnipet hier hätte ich eigentlich gar nicht sehen können ich glaube das ist ein item das nur ein multiplayer was bringt okay da ist ein und ich finde es auch nur zu secrets mal gucken ich will kein berserker sein aber ich will die 100 prozent lebenspunkte haben undO LeBard ich hasse diese köpfe so sehr Ja, schon mal erwähnt. Oh, dass man die auch mal wieder sieht. Hallo? Huh? Sit in here. Oh, come sit in here! Schreiber, kann ich nur da lang? Fahrstuhl. Das ist ja mies hier um die Ecke. Da kann ich nochmal runterfallen. Wait. Hier ist ein Teleporter. Da ist ein Loch. Da ist ein Loch. Und da ist ein Teleporter. Was soll ich machen? Loch 1, äh, warte mal. Loch 1, Loch 2, ne. Loch 1, Loch 2 oder Teleporter. Wo soll ich als erstes hin? Loch 2. Okay, Loch 2 ist das hier. Okay. Da ist ein Schlüssel. Das ist schon mal gut. Okay, jetzt haben wir wieder zwei verschiedene Teleporter. Und ein normaler Ausgang. Den normalen Ausgang sehe ich mal nicht. Teleporter, warte mal. Teleporter 1 oder Teleporter 2? Oder lasse ich euch spielen. 1 oder 2? 1. Super. Wir enden mitten auf der Straße. Wo bin ich denn? Weil das hat nicht viel gebracht. Ich hab nicht viel rauslaufen können. Okay, weiter geht's. Wir haben Loch 1 und Teleporter. 1 ist das hier. Oder den Teleporter. Jeder darf mit wählen. Die erste Antwort, die kommt, die wird genommen. Was sind wir hier? Mal hin! Blau, die Schlüssel haben wir schon mal. Oh nein. da muss man klettern ich komme nicht raus ja kein problem rote dinge ist auch gut die dahinten zeigt mich weg müssen ohne dass er so weit schließen kann kann nicht so weit schießen hier ganz hinten bisschen lebenspunkte aufsammeln so ne chancell geht nicht raketen und das musst du gespeichert so, wir haben das hier genommen dann haben wir den Teleporter genommen ich bin doof ich habe doch gewusst, dass ich Krieg halten muss egal und das ist die 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 ok ich aufpassen lassen jetzt haben wir wieder ein paar 17 raketen nur ich habe gehofft dass wir mehr haben die ganzen gegner auf dem dach nerven ist auch brutal gelbe tür die rote tür noch doch mal ich hatte eine rote tür gefunden oder schalter hinten ist glaube ich eine rote tür gewesen oder das war die bessere tür die gehe ich mir auf weil ich sie gefährlich ist hier runterfallen hier unterfallen ist ein teleporter ok ob ich bin hier als spiel spielen wir unser spielchen weiter aber gibt es eigentlich was damals weiter zu spielen ja stimmt wir können dings machen wir können hier das loch oder anderen dingen teleporter um die ecke machen also hier das loch oder wenn man da hinten lang geht den letzten zweiten teleporter noch also wir müssen scheinbar noch die gelbe karte finden vielleicht auch nicht aber wahrscheinlich teleporter okay ist das dieser teleporter hier oh god nicht so bewegen das und dass wir jetzt keine lebenspunkte mehr haben wenn es ein externer sein Ne, ist halt nicht so aus. Tut's auf dem Dach gefallen mir auch nicht. Gut, wo bin ich denn jetzt? Okay. Ich gehe jetzt schon noch schnell zurück. Um euch zu zeigen, was ihr die ganze Zeit verpasst habt, hättet ihr gleich Loch Nummer 1 genommen. Ich brauche Lebenspunkte vor allem. Irgendwo muss ich Lebenspunkte zusammenklabustern. Ich speichere lieber, bevor ich da in so ein Loch des Nichts falle. Seht ihr? Wenn wir erst erst hier rein, hätten wir sofort nichts gehabt. Das sieht doch auch so aus, als wäre es eine Falle, oder nicht? Das war eine Falle. Das ist ja noch irgendwo Lebenspunkte, oder irgendwas anderes. Oh Gott, das... Gut. Ich brauche Lebenspunkte, Mann. Aber hier ist nichts mehr... Oh, ich kann hier noch rein. Den Raum kann ich noch machen. Deswegen sind wir mal die Dachimpfs weg. Äh, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Ich versuche gerade, zurecht zu kommen, was wie wo im Spiel ist. Also, Level Design technisch, versuche ich gerade zu verstehen, was wo ist. Kann es sein, dass wenn ich hier lang gehe? Und... Äh, hier lang gehe. Was ist hier um die Ecke? Der Rucksack ist, genau. So. So. Sonst wüsste ich jetzt auch nichts mehr, außer... Opa, was haben wir hier? Nichts. Wann, der dicke Teleporter da hinten, der hier, der sieht so ominös aus. Am Ende muss man einfach nur reingehen und dann hat das Level beendet, ja? Und man versucht so die ganze Zeit irgendwie... Versucht vergebens einen Ausgang zu finden, dabei gibt's ja keinen. Ohne Scheiß, wenn ich rausgehe, geht da... Geht da fast schon wieder hoch. Ist doch scheiße, Mann. Nein, der bleibt einfach nur stehen. Auch gut. No. Trümis. Okay. Cool. Trümis Munition. Brauchen wir nur noch die gelbe Tür. Die war da hinten irgendwo, glaube ich. Da hinten, meine ich. Da hinten, meine ich. Ich hatte mich. Da hinten, meine ich. Ich hatte nichts mehr, dass ich mit mir bin. Das ist alles gut. Ich werde trotzdem noch wissen, was der große Teleporter da hinten ist. Das Dach. Wow. Super. Na gut. Äh, wo war's hier? The inmost dance. Normale Gegner hat man noch nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich an dieses Level. Also vom Level her. Wenn du nichts ohne Schlüssel machen kannst. Okay. Ah, hier kann man alles wahrscheinlich Natürlich Paketen, Dude Das sind Homing Missiles Das macht es viel fairer Enten ist der Rote Totenkopf Kann ich nicht raus Wait, what? Ach, jetzt kann ich nicht raus Dude Das ist kein schönes Level Dude Dude What? Ich glaube, ich muss Darüberspringen Das ist der Rote Oh, geht das? Ja Gut ist auch an dem Spiel, dass man nicht Von der Seite kann ich die Dinger nicht öffnen Gut ist auch an dem Spiel, dass man die Schlüssel nicht in der gleichen Reihenfolge einsammelt Das passiert, wenn ich ins Wasser springe Irgendwie muss ich ja rauskommen Ah, so Bringt mir der Bringt mir Wie viele von denen rennen hier noch rum Ne, hier nochmal rumzugammeln bringt mir nicht Da geht's weg Ich meine, ich könnte da runterhüpfen und da rüberspringen Weil das zwei Aufzüge sind Das kann ich machen Ja, das muss ich machen Ja, das muss ich machen Das bringt mir aber nichts Hehehe Das bringt mir nichts Gibt mir das was? Ja, hier bringt's mir mehr Spontan Ne, sieht nur so aus Das ist ein Gegner Wo ein Gegner ist Wo ein Gegner ist, war ich noch nicht Bedeutet Da muss ich hin Dude Jetzt sind die roten Dinger weg Oh, gott Nein, Flamme, dude Oh, no Hallo Wieso Es sind da eben beide gleichzeitig gestorben So hoch ist die Streuung von der Shotgun auch nicht Recht sein, aber Wundert mich trotzdem Ah, sehr schön Blauer Blauer Schädel Ah, da wäre ich da gewesen Interessant Das ganze Level hängt irgendwie miteinander Okay Ich glaube nicht durch Hier muss ich lang Um dann Um dann Hier lang zu gehen Oh, no Oh, was mache ich denn hier? Wait, was mache ich hier? Wait, was mache ich hier? Oh, oh Jetzt sind die hier unten Interessant Das war irgendwie ein ganz cooles Level Ein Gegner war es noch Irgendwo Industrial Zone Ne, wir gehen noch weit auf der Erde Und dann Oh, was mache ich hier? Oh, wie mache ich hier? Und dann